Nein, das ist auch nicht die Trampolinhalle. Hier? Ah mal, das ist die Trampolinhalle. Heute werden drei Mami's sagen. Ja, wenn der später alt ist, wird nicht so. Da kommen sie! Ah nein, sie ist doch nicht. Ich habe eine Waffe gewonnen! Okay, okay, wir machen jetzt ein Case Opening mit Was sind das Gop Pronto Geschenk? Pronto wie ein Gop. Weisst du, ich bin gleich tanken. Das ist nicht mehr spannend. Boa, pissen wir Domi an. I have the old check and old check. Alter, was ist los? Alter, ich mag schreien. Du siehst scheisse aus. Du bist heute ein bisschen genervt von mir. Nein. Alter, ich habe in FIFA zwei alte Karten bekommen. Oh, Puppe. Ich muss noch einmal drehen und zurückkommen. Sind sie dumm? Ich habe sie auch gewonnen. So. Ich möchte ein Mentos. Darf ich eins? Warte! Ah, mein Ohr. Ich bin direkt nach deinem Mund. Ich bin direkt nach vorne. Hoi, hoi. Hei, ja. Ein bisschen weiter nach vorne. Und? 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 Nein. Hast du meinen Backflip gesehen? Nein. Okay. Also, mach dich. Das ist auf die Kamera. Mach. Hätte gesehen. Wie sieht es gut aus? Ja? Hast du gut gesehen, oder? Olympia, oder? Ja. Ja, gut. Jetzt sind wir ein Rad gemacht. Man könnte meinen, du bist jahrelang ins Gymnastik gegangen oder ins Turnsport. Ja, aber ein halbes Jahr. Ja, nur ein halbes Jahr. Ja, nur ein halbes Jahr. Was kann ich nicht? Das kann ich nicht. Nein, ich habe es keine Handlung im Fall. Ich bin so stolz. Ich weiss nicht, ob ich jetzt arbeite. Weil es ist schon gar nicht... Was ist der Scheiss? Nein, es ist nicht. Es ist ein Parfum. Das letzte Mal, den ich haustrag gemacht habe, habe ich es können. Ich weiss nicht, ob es jetzt kann. Willst du mir filmen? Ja, mach. Ich warte. Smooth. Smooth. Und wie man gesehen hat, die Bewegung ist runtergegangen und ich schütze dann wieder hoch. Tipp! Tipp! Noch mehr Tipps für alle Anfänger? Ja, mach jetzt am besten so, dass ich einfach möglichst schnell runtergehe. Und dann runtergehe. Und dann kommt ein bisschen neu und so. So runtergehe. Ähm nein, das ist zu wenig so. Und jetzt ist schweißig. Es ist schweißig. Es ist schweißig. Es ist schweißig. Es ist schweißig. Was soll ich machen? Mensch. Oder mit? Es sieht wirklich geil aus. Wuh! Wuh! Oh! 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 Jetzt schau dir so eine so witzige Hänge! Oh! 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 wie so eine behinderte Robbe, so einen Eisberg darauf geht. Klingeln, ja. Das schafft es eh nicht. Ich weiss nicht, wie es jetzt so spannend ist, auf den Beiden zu landen. Das ist sehr langweilig, wir haben die Schau aufgelassen. Ich würde zu wenigstens hier auf dem Bauch oder auf dem Rücken landen. Wow! Oh, baue, 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 baue! Ich habe den Spass von meinem Leben. Ich habe nicht einmal die Rampoline gebaut. Das ist der Schmerz. Ihr Gesicht auf. Ja, das war eher ein Rad gewesen. Bis an ein Friisbee gewesen. Rampoline ist auf und runter. 66.59 auf der ersten attempt. Und er hat eine Rotation. Ech, zwei, drei. Ech, zwei, drei. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aaaaaah. Aaaaaah. Jan jetzt ist ein Heilsherz. Auf den Jan jetzt nur weg. Auf den Jan jetzt nur weg. Haha. Das ist Jochum. Mach. Bäm. Sie hat es wollen. Sie hat es so. Jochum. Was macht Disa? Du bist erst gerade für den 5-Jährigen. Hahaha. Einfach furcht. Nein, nein. Eman ömme. Hallo. 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 Hallchum. Toll. Mann. Mann. Nein, das ist nicht schlimm. Noch eine letzte Aufnahme. Nur bis ich sterbe, fühl mich so wie ein Zähnner. Dann leben wir mich aber, wir kommen nicht auf einen Nenner. Äh. Ja. Hänge mit den gleichen Leuten, nichts hat sich geändert. Mache alles selber, Alter, nichts hat sich geändert.